Jetzt halt. Ja. Ja. Äh, nein. Okay. Ich bin gerade von der Klima weggelaufen und bei der Angel ist der Bambus gefunden. Aber ich bin nur so vor Spaß aber von der Klima weggelaufen. Also nichts Böses oder so. Ne, aber ich hab da keiner gesehen, grad wie ich da vorbeigerannt bin. Ne, aber ich bin nach rechts weggerannt und da da bin von dir, weil ich nichts gesehen habe, weggelaufen. Ich möchte ein Problem äußern. Ich bin Imitator und wahrscheinlich gleich auch tot. Xaxa war grad mit Lyppicus. Jetzt ist Lyppicus tot. Und Trex habe ich auch irgendwie komisches im Gefühl. Was? Lyppicus ist dir hinterher gerannt und hat gesagt nein und dann schlüpft sie. Jetzt ist sie tot. Und sie war sie ist in deine Richtung gelaufen. Aber wie gesagt ich bin mir ziemlich sicher, dass Xaxa gekillt hat und es war Lyppicus. Okay. Ähm. Ja, gut. Das, ja. Das heißt, du wolltest doch wer mitnehmen. Oh nein, nicht, dass er Dodo ist. Nein, dass nicht, dass er Dodo ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Mann? Ich hab nicht mal was gemacht. Was ist denn das für ein Mann? Wie viel Kack ist das denn? Was? Tja. Dodo wie das ist. Da war immer erschossen, nachdem er gegen Xaxa püfft. Alter, was war das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott.